Leute, vertraut mir, diese Effekte bringt es nicht mehr. Vermeidet diese Sachen, wenn ihr geile Musikvideos machen wollt. Leute, ich sag's euch, vertraut mir, ihr seht gleich warum. Hey Leute, was geht denn? Wer sich einige meiner Musikvideoanalysen angeschaut hat, der weiß, dass es ein paar Sachen gibt, die mich nicht unbedingt triggern, aber schon ziemlich nerven. Das passiert in der Regel, wenn ich irgendeinen Effekt wieder zum tausendsten Mal sehe. Aber ey, ich bin hier, um das zu ändern, Leute. Ich mach diese Liste der zu häufig verwendetsten VFX, damit die Leute, die es sehen, es in Zukunft besser wissen. Let's go! VHS oder Tape Look? Fangen wir an mit dem aktuellen Spitzenreiter VHS oder Tape Look. Mit diesem Filter lässt man seine Videos so aussehen, als hätte man sie mit einer alten 80s oder 90s Kamera aufgenommen und auf einem Tape Medium, wie zum Beispiel einer VHS Kassette, wieder abgespielt. Seit ein paar Jahren gibt es die ersten Plugins und Programme, die genau diesen Effekt voll easy mit zwei oder drei Klicks nachzaubern können. Wenn ich aber jetzt blindlinks mit so einem Look rumfeuer und jeden zweiten Klip so aussehen lasse, dann entkräftige ich damit die Wirkung davon. Er wird langweilig, unpassend und nur noch zu einem nervigen Gimmick. Noch schlimmer wird es dann, wenn dieser Effekt mit anderen unpassenden Effekten kombiniert wird. Wer sich an meine Analyse von Merz asozial erinnert, da wurden ein paar Shots mit modernen anamorphischen Lensflares und Cinema Balken hochwertiger gemacht und dann wurde das Ganze voll willkürlich einfach so random mit einem VHS-Look versehen. Formatbeschneidung. Wenn wir gerade schon von Cinema Balken gesprochen haben, das nächste Stilmittel ist eines, was aber auch erst seit ein paar Jahren so richtig ausgereizt und misshandelt wird. Nämlich die Formatbeschneidung zu tausend verschiedenen CinemaScope-Versionen, quadratisch, 4 zu 3, 5 zu 4, 2 zu 1 etc. Und seit einiger Zeit scheint es irgendwie Trend geworden zu sein, all diese Formate wild zu mixen und hier und da mal random Bilder zu beschneiden. Erstmal ist das Problem, dass bei so einem Hin- und Hergeschneide von tausenden Seitenverhältnissen die ganze Immersion des Videos flöten geht. Wenn ich mich nämlich die ganze Zeit darauf konzentrieren muss, dass sich die Formate die ganze Zeit ändern, dann habe ich doch gar keinen Blick mehr fürs Video. Wenn ich ein 4 zu 3 Format benutze, nur weil ich es cool finde, aber dann beim Dreh 0 darauf achte, dass ich noch links und rechts was abschneiden will, dann passiert halt sowas wie in ganz vielen Videos. Dieses 4 zu 3 Format kommt nicht richtig zur Geltung, weil ganz viele Sachen, die hätten in Frame sein müssen, plötzlich außerhalb des Frames sind. Tja, Glitches. Uh, mit meinem Video stimmt was nicht. Uh, da sind Bugs und Glitches drin. Uh, voll mysteriös und Underground-Hacker-Shit. Uh. Glitch-Effekte haben das große Glück, dass sie sehr diverse sind und 100 verschiedene Glitch-Effekte können am Ende noch sehr verschieden voneinander aussehen. Es gibt Kompressions-Artefakte, Crease-Frames, Data-Moshing, Pixel-Sorting und so weiter und so fort. Es sind auch Effekte, die auf jeden Fall viel zu viel zu viel benutzt werden, aber sie tarnen sich ganz gut. Ich kann mich hier, um ehrlich zu sein, auch nicht so krass drüber aufregen, weil die haben eine Art Alibi. Ein Tipp von mir, achtet einfach darauf, dass wenn ihr Glitches benutzen wollt, ihr es aus einer Motivation tut. Ein gutes Beispiel ist das Musikvideo von Marvin Game, Keine Menschen. Ich habe ja selber an diesem Video mitgewirkt. Ich habe diese ganzen Hat-Einblendungen gemacht, an denen die Mädels rumarbeiten. Und auch in diesem Video gibt es Glitches und Bildfehler, aber hier passt es, weil dieses Video hat einfach von Natur aus diesen digitalen, futuristischen Look. Und da sind Glitches und digitale Fehler, nicht Fehlerplatze. Sky Replacements und Luma Transitions. Ein Effekt, der auch immer und immer öfter benutzt wird. Sky Replacements, also den Himmel ersetzen, durch einen farbenfroheren, wilderen, gewittrigeren, der am besten sich noch in Zeitraffer bewegt. Und in dem Zusammenhang Luma Transitions, beziehungsweise der Effekt Luma Key. Das ist nämlich der Effekt, der gerne benutzt wird, um so eine Sky Replacement zu bewerkstelligen. Aber dieses Luma Transitions Ding wird auch so sehr, sehr gerne benutzt in Musikvideos und in letzter Zeit auch mega gerne von Travel-Vloggern und von Drohnenpiloten. Es nervt, Leute. Ich sehe das immer häufiger und bevor das so richtig beim Mainstream ankommt, lasst uns diesen Effekt lieber gleich begraben. Er ist nicht schön. Teal and Orange. Och, Teal and Orange. Was ist Teal and Orange? Teal and Orange ist ein Look. Eine bestimmte Art von Color Grading, bei dem der Hintergrund relativ kalt und türkisblau und die Haut der Darsteller in einer Orangenfarbe getönt ist. Das erzeugt einen sehr angenehmen Kontrast für unsere Augen und für unseren Kopf und das Bild sieht automatisch gut und hochwertig dadurch aus. Der Look kommt in jeder Art von Bildbearbeitung eigentlich oft und gerne zum Einsatz. Hollywood-Blockbuster, YouTube-Videos, Musikvideos, natürlich auch in der Fotobearbeitung. Diese Art zu graden könnte man jetzt als Trend abstempeln. Das Ding ist, leider hat Teal and Orange wenig mit unserem Cook-Verhalten oder mit unserer Gewohnheit zu tun. Es ist kein Stilmittel, kein Trend, der irgendwann seinen Peak erreichen wird und dann irgendwann wieder in Vergessenheit geraten wird. Nein, Teal and Orange wird hier bleiben. Diese Art von Color Grading ist tatsächlich einfach sehr angenehm für unser Auge und für unser Gehirn. Das liegt daran, dass das Orange, was genutzt wird, eine sehr gesättigte Variante eines natürlichen Hauttons darstellt. Und dabei ist übrigens auch egal, wie hell oder wie dunkel ein Hautton ist. Alle befinden sich im selben Farbbereich. Und das Blau, Türkis für die Hintergründe, tja, das ist einfach nur die Komplementärfarbe zum Orangeton. Wenn ihr wissen wollt, was eine Komplementärfarbe ist, dann googelt den Scheiß bitte. Aber wie gesagt, diese Farbgebung ist einfach sehr angenehm für unser Auge. Ein gesünder Hautton und der farbliche, natürliche Kontrast zum blauen Hintergrund sind einfach schöner als ein Bild, was nur in einer Farbe gegradet wurde. Bilder in Teal & Orange erscheinen uns einfach klarer, deutlicher, schöner und deshalb wird dieses Stilmittel auch niemals verschwinden. Leute, das waren nur 5 von vielen, vielen Effekten, die zu häufig benutzt werden. Es wird auf jeden Fall irgendwann Teil 2 geben. Dafür brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir in die Kommentare, welche Effekte eurer Meinung nach einfach mittlerweile overused sind, die ihr nicht mehr sehen wollt, die ihr nicht mehr sehen könnt. Checkt meine ganzen anderen Listen zu Deutschrap-Video und zu Hip-Hop aus. Sehr interessante Sachen dabei. Bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Falls es euch nicht gefallen haben sollte, aus welchem Grund auch immer, dann bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Das war's. Tschüss. Tschüss.